Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Life Legacy Video. Es ist Upgrade Event und wir haben einiges vor und zwar mein gesamtes Urikalkum verschwenden, weil es Platz wegnimmt. Ich habe allerdings nicht viel, schon mal als Vorwarnung. Also ich habe auf jeden Fall zu wenig glänzendes Urikalkum und es scheint ein andauerndes Problem zu werden. Ich habe nämlich, wenn ich das hier richtig sehe, deutlich mehr normales Urikalkum, also auch weit mehr als das Doppelte. Also keine Ahnung, wieso plötzlich dieser Missstand gekommen ist oder wieso plötzlich dieser Missstand einfach da ist, aber er ist da und damit müssen wir jetzt wohl leben. Na, auf jeden Fall, was haben wir schon plus 14. Wir haben eine Waffe plus 14 und eine... und ein Nichts. Achso, ne. Ne, Moment, wir haben echt nur eine... Moment, 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 aber echt nur eine Sache auf plus 14? Ohne Spaß, ich dachte, wir hätten schon zwei Sachen auf plus 14 geupgradet. Also ich weiß, ich habe zweimal die Waffe auf plus 14 gemacht, weil ich ein Idiot bin, aber... What? Damn. Aber egal, wir können hier direkt mit plus 12 starten. Und ich habe nicht genug Murmelfragmente, fällt mir auf. Schon wieder. Das heißt, daran wird es wieder scheitern, gar nicht am Urikalkum. Ach. Wieso habe ich so wenig Murmelfragmente? Wieso habe ich so wenig Zeug? Das gibt es ja gar nicht. Komm schon. Komm schon. Do it. Ach. Oh nein. Oh nein. Von plus 13 auf plus 5. Das tut weh. Alter, wie oft das wieder auf plus 5 zurückgeht, was geht ab? What is going on? Endlich mal wieder auf plus 10 kurzzeitig. Aber direkt wieder zurück auf plus 5. Wow. Also in dem Tempo sind meine Urikalkum gleich weg. Komm schon. Ach man. Hey. Hey. Zweimal plus 12 und dann wieder plus 5. Give me a break. Wow. Da war ich fast ein bisschen zu schnell. Wir waren wieder plus 13. Es gibt es ja nicht. Wir haben gleich keine Versuche mehr. Ich spüre es. Was? Uns gehen wahrscheinlich mehrere Ressourcen gleich aus. Glänzendes Urikalkum und Murmelfragmente wahrscheinlich. Okay. Ey. 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 Ey, es hat viermal von plus 13 auf 14 gefehlt. Nooo. Könnte sogar sein, dass uns Pena bald ausgeht. Ah, Mist. Ah, come on, please. Also, ich komme nicht mehr auf plus 10. What is going on? Das gibt's ja dich. Ich komme nicht auf plus 10. Ich muss sagen, die Ressourcen halten sich besser, als ich dachte. Ja, no, meinetleur. Okay, uns ist tatsächlich das glänzende Urikalkum zuerst ausgegangen. Das muss aber ziemlich knapp gewesen sein. Na gut, 400 Millionen Pena geht sogar noch. Mollfragmente sogar noch 252, okay. Wow. Ich habe einfach 2000 Urikalkum mehr, als glänzendes Urikalkum. Das ist schlecht. Damn. Komplettes Upgrade-Event in den Wind geschossen. Krass. Was kostet nochmal das Upgrade von 14 auf 15? Das ist das Geile, wenn man die Ressourcen dafür gar nicht hat. Dann kann auch nichts schief gehen. Acht. Also, wir könnten 10 Mal von 14 auf 15 probieren. Also, könnten wir nicht, weil ich kein glänzendes Urikalkum habe. Aber das Event geht ja noch eine Woche. Also, man könnte es 10 Mal probieren für 80 Schriftrollen des Schutzes. Ich habe 83 bei einer 14% Chance. Aber warum habe ich 120 gesagt? Achso, weil die grundsätzliche Erfolgsrate 12% hat. Aber es hat ja 14%. Das heißt, bei 10 sollte es eigentlich... Ich meine, Garantien gibt es nie bei Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn man es 10 Mal probiert bei 14%, das wäre schon echt ärgerlich, wenn es nicht klappt. Ich meine, gut, aber selbst bei 8 Mal... Ach, nee, Schwachsinn, das sind ja viel mehr als 10. Na, Moment. Nee, wieso habe ich 120 gesagt? Das sind ja 15. 15 Versuche wären das. Ja, also dann wäre es schon heftig. Also, wenn es dann nicht klappt, dann holy moly. Noch schlimmer. Aber selbst bei 10, ja. Selbst bei 10 wäre es heftig. Kostet einfach 60 Millionen Penia krank, das 10 Mal zu probieren. Naja, aber ich warte noch. Ich will da echt kein Risiko eingehen. Und ich habe eh nicht genug glorreiches Urikalkum. Ich werde es niemals auf plus 16 schaffen. Ihr seht, ich habe gerade mal 700 glorreiches Urikalkum. Und ja, das schaffen wir eh nicht. Von dem her haben wir da keine Eile. Aber ärgerlich, jetzt schon das zweite Upgrade-Event hintereinander keinmal plus 14 geschafft, nachdem ich es in einem Upgrade-Event zweimal geschafft habe. Also ja, ärgerlich auf jeden Fall. Naja. Wie gesagt, das Event geht jetzt noch eine Woche. Aber, naja. Ich meine, ich kann jetzt nicht aus dem Hut einfach mal 1000 Glänzende Urikalkums zaubern. Also wird es das wahrscheinlich für das Event größtenteils schon gewesen sein. Wir werden damit natürlich am Ende nochmal upgraden. Aber da wird nicht viel bei rumkommen. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr beim Like, Kommentaren, Abo von euch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euch viel Glück beim Upgraden. Ciao, ciao.